Das ist ja alles schön und gut, aber wir können ja wohl schlecht mit der gesamten Banne im Schlepptau losziehen, ohne auch nur die leiseste Ahnung, wie dieses Land entstehen wird. Stimmt, außerdem können wir hier nicht von heute auf morgen alles stehen und liegen lassen und einfach dünn machen. Hey, Evan, worum geht's bei euch gerade? Wir überlegen, wo wir unser Land gründen sollen. Hm, da müssen wir wohl klein anfangen. Wir reißen uns am besten irgendwo ein Dorf unter den Nagel und dann sehen wir weiter. Falls es dir entgangen ist, wir wollen kein Piraten werden, sondern ein Land aufbauen. Das war doch nur ein Witz. So jung und schon so humorfrei. Eine gute Lage ist sehr wichtig für die Entwicklung eines Landes. Das ist eine ernste Angelegenheit. Der macht immer ein Gesicht, als ob er sich was eingeklemmt hat. Okay. Schatti, das ist wirklich ein erstes Thema. Aber du hast recht. Genell. Ein neu gegründetes Land befindet sich immer in einer gefährlichen Situation. Die bestehenden Mächte tolerieren nur selten einen neuen Rivalen in ihrer Mitte. Eine strategisch gützige Lage ist daher für ein kleines Land überlebenswichtig. Also gut. Und was genau schwebt dir vor? Wir suchen eine Region mit leicht zu erschließenden Rohstoffquellen, die vor Angriffen von außen gut geschützt ist. Mit anderen Worten. Genau hier. Oh, genau da. Weil links ist viel mehr von Gebirge. Ach, krass. So, liebe Leute. Und damit... Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ni no Kuni 2. Ich bin endlich wieder aufs Urlaub zurück. Und bin richtig... Ja, gar nicht darauf, endlich wieder neuen Content für euch aufzunehmen. Zu sehen, wie es weitergeht. Und ja, deswegen starten wir hier direkt durch. Und, äh, machen wir direkt weiter. Die Melanzani-Ebene ist gar nicht so weit weg von hier. Wenn man die Berge erstmal hinter sich hat, muss man nur noch durch den Ruinen gürteln und schon ist man da. Können wir nicht einfach die Luft wegnehmen? Hm. Unmöglich ist es nicht. Bloß... Unsere Schwalbertrosse sind dafür gebaut, um auf den Wind zu gleiten. Hier zwischen den Klippen weht ständig Wind. Aber da... Ist ja nicht überall so. Und ohne nutzen die Dinger leider gar nichts. Hm. Dann müssen wir wohl... Oder übel zu Fuß gehen. Ah, eh. Da gibt's nur ein kleines Problem. Im Ruinen-Gürtel... Geben sich die Räuberbanden hier aus der Gegend praktisch die Klinke nähert. Gut, dass wir da unser Reich aufbauen wollen. Erst Luftpiraten, dann Räuberbanden. Yeah. Kein Vergleich. Das ist wirklich ein ganz übler Haufen. Wenn die Blut riechen, kommen sie aus ihren Löchern gekrochen wie die Kakerlaken. Haha. Masse statt Klasse eben. Aber keine Sorge. Wir werden da schließlich auch nicht nur zu viert anrücken. Schalt ihn. Ruf doch mal die beiden üblichen Berechnungen. Der Dicke und der Dünne? Ja, natürlich. Ja, Boss, wo brennt's? Pia. Erzähljungs. Wir werden in die Melanzani eben ein neues Königreich gründen. Und dafür müssen wir mit unseren Nachbarn im Ruinen-Gürtel ein freundliches Gespräch führen. Alles klar? Da trommelt mal eure Jungs aus die Kurien. Wir dürfen den Landraten als Überbürsten? Kommt mir gerade recht. Ich hab schon länger einen Jucken in der Faust. Wer ist die denn? Ach, Penny. Das sind die Tati, die den Schopper hat. Ich bin schon ganz himmelig. Hä? Penny? Was willst du denn hier? Soweit ich mich hier erinnere, hab ich nur Pierre und Carlo gerufen. Hallo? Ein neues Königreich? Wie passiert sowas? Da will man doch dabei sein. Mir ist das egal. Warum eigentlich nicht, dass sie doch mitkommen? Was sagst du, Evan? Sicher? Ich hab nichts dagegen. Na schön. Wenn's Evan recht ist, soll's mir auch recht sein. Aber eins sag ich dir. Wenn ich dir wieder aus der Patsche helfen muss. Keine Sorge, wird schon schief gehen. Pierre, Carlo und Penny unterstützen dich ab sofort auf deiner Reise. Ab sofort kannst du im Kampf auch auf mich zählen. Bin ja mehr der Typ fürs Grobe, aber die Entscheidung in Sachen Taktik überlasse ich gerne meinem König. Zoran hat dich da in der Gruppe angeschlossen. Yay! Geil! Danke. Du wirst sicher eine große Hilfe sein. Mit der berüchtigten Himmelschlange als Verbündeten kann ja nichts mehr schief gehen, was? Was? Genau. Also da hin auf zur Melanzani-Ebene. Richtig motiviert. So. Boah, in wen haben wir denn jetzt alles dabei? Okay. Also die Gruppe besteht trotzdem nur aufs... Nee, da ist nix noch. Parameter der Gnuffis? Ach, die haben auch Parameter. Das ist ja interessant. Auch Gnuffis verfügen über Angriff und Abwehr. Je höher der Angriff, desto mehr... Das ist klar. Beide Parameter verbessern sich mit dem Level der Gnuffis. Allerdings steigt dieses nicht durch die bloße Teilnahme an Kämpfen. Für die Aufzug ist eine spezielle Einrichtung nötig. Darüber hinaus haben die Gnuffis natürlich eine Persönlichkeit. Es gibt ängstliche Gnuffis, aber auch solche, die den Kampf lieben. Was sich jeweils in ihrem Fall zeigt. Gnuffis nutzen selbstständig zwei Spezial-Taktiken und führen auf Befehl einen Gnuffi-Trick aus. Befindet sich ein Kampfmitglied im erwachten Zustand, wird daraus ein Geheim-Trick. Wechselt ein Kampfmitglied in den Zustand erwachen, werden die Geheim-Tricks aller Gnuffis in der Gruppe ausgelöst und erfalten ihre Wirkung. Die zwei Spezial-Techniken, Gnuffi-Trick und Geheim-Tricks sowie die dazugehörigen Informationen sind als Gnuffi-Infos durch Drücken der 3x-Taste einsehbar. Darüber hinaus kostet der Einsatz von Gnuffis in deiner Gruppe sogenannte Gnuffi-Kosten, die insgesamt den Wert 10 nicht überschreiten dürfen. Okay, also vier Gnuffis haben wir. Alle Level 1. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Ah, jetzt sieht die doch alle aktiviert, oder? Kann ich die tauschen? Ja. Ich habe jetzt einfach mal Sauron nach oben gesetzt. Mal gucken. Ich wollte mir eigentlich die Gruppe angucken, weil ich habe ja jetzt Zoran mit drin, aber ich glaube, Zoran ist nur ein temporäres Mitglied, würde ich mal sagen. Ich bin grad spontan, aber gut, er ist Level 12. Shanti hängt ein bisschen nicht daher. Yo. Hier haben wir auch noch Remi. Den guten Remi-Demmi. So, was machen wir denn? Also beim Shop waren wir, glaube ich, erst vorhin. Wollen wir uns nochmal hier ein bisschen Loot? Machen wir, was die so rummacht. Eine Magia Damia. Alles klar. Und fünf Gold. Gold sind aber gut. Ich liebe Geld. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier ein bisschen hoch. Und machen uns auf den Weg in die Melanzadi-Ebene. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ey! Ich will hier durch. Achso, ich bin aber noch falsch. Ich muss noch höher. Spiel mal für Tage nicht und schon kennt man sich nicht mehr im versteckten Luftpiraten aus. Was? Ein gewöhnlicher Knopf. Oh. Also falls mir mal ein Knopf fehlt, kann ich einfach den nutzen. Das ist super. Ah, das ist Klärchen. Auf geht's. Auf geht's. Remi sieht ja niedlich aus, ey. Er ist auch noch mal halb so groß wie alle anderen. Oh mein Gott. So. Wo müssen wir denn hin? Da unten. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder links. Und dann nach rechts, oder? Ist das hier zu sehen, wo wir hinwollen? Ich weiß jetzt nicht, wo es ist. Ist das das Übelkeitsplateau? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon, liebe Leute? So. Wir gehen erstmal geradeaus. Kloppen uns hier mit ein paar Monster. Kann ich mal wechseln? Danke. Roland ist hier. Der König. Gucken, ob ich noch kloppen kann. Ja, okay. So. Ich seh ja wirklich alle mit drin. Ja, kommt. Ich hab' euch super Eigenschaften. Boah. Das war ja krass. Also der gute Sauberbeschwärzer und einen riesengroßen Magieball, so wie es aussieht. Cool. Alle haben sowas anderes auf dem Kasten. Dann müssen wir die auch natürlich auch mal alle durchtesten, ne? Gucken wir mal. Holen wir doch jetzt mal. Hier, den hier rein. Tausch dir mal mit Sauran. Pusti. Gucken, was Pusti kann. So, die Kiste da hinten haben wir gelootet, aber wir nehmen natürlich trotzdem nur hier den ganzen Stuff mit. Spatzenfeder. Neun Gulden. Ey, diese Pritzbatze, ne? Ich muss ja sagen, auch wenn die Level 8 sind, die wollen kämpfen. So, die Lufis, wo seid ihr? Lufis? Könnt ihr euch mal bitte hier alle versammeln? Okay. Ach, die normalen? Okay, setzen wir die normalen nochmal ein. Die machen hier so super Karten. Das ist aber auch mächtig episch. Aber ich hab von den, die vom Pusti, hab ich auch nur einen. Vielleicht liegt das da ran. Ah, da hinten, guck mal. Sauran kann ich auch schon wieder beschwören. Also es scheint, dass nichts mit der, äh, mit der Position, glaube ich, hier zu tun haben. An welcher Stelle die stehen. Dann setze ich Sauran wieder auf eins. Sauran ist mir sympathisch. So. Sauran auf eins. Das passt. Aber dann lasst mich die sich hier einfach hier so ein bisschen entwickeln. Die Kloppen ja alle mit. Das heißt, die müssen ja alle irgendwie ein bisschen Erfahrungskunde kriegen, was? Ach, hier oben war die, die Truhe, mit der ich nichts anfangen kann. Ja. Verschlassen. Schön. Hier muss die Rotte gehen, ne? Ja. Da müssen wir runter. Oh, Britz war es nur mit 14. Jetzt geht's richtig ab. Na, komm mal her. Hier geht nichts. Schön, weil die Spezialeigenschaft wieder ein bisschen trainiert. Sehr gut. Ah, die Knüffis teilen gut aus. Und woanders, die lenken die Gegner ab. Das kann mal gut sein, wenn ich hier wirklich extrem viele auf einen Haufen habe. Dann kümmert die sich schon mal um so, ja, ein paar von den Viechern. Wie komme ich denn da rüber? Wie komme ich denn da rüber? So viel Brettis. Kleebrad ist hier nicht, ne? Ich muss sagen, ich habe bisher noch nichts Sinnvolles in so einer Höhle gefunden. Ich habe letztens bei, ähm, dem guten Kollegen Smartyfreaks gesehen. Der hat eine Tür gefunden in einer Rotte, aber sonst ist ja auch nichts. Ich weiß nicht, was es mit diesen Höhlen auf sich hat. Und da wollen wir natürlich gucken, wie sieht sie aus? Was findet man da? So. Fehlt der Führerauflechsamkeit? Ey, Remy ist auch mit am Start. Cool. Aber der kloppt nicht, oder? Ah! Ich hätte hier fast Daff liegen lassen. Leute, müsst ihr doch so sagen. Ich kann hier nicht einfach so links eine Erbse liegen lassen. Ich komme hier, glaube ich, nicht hoch, ne? Aber zumindest noch nicht. Wahrscheinlich werde ich hier irgendwann mal eine Eigenschaft haben, die mich hier hochbringt. Ah, komm her. Sehr gut. Alles geht, wenn ihr auf dem Boot sind. Perfekt. So. Einem Brocken Eisenherz. Eisenherz. Die Eisenherz. Zoran! Stopp, ab hier wird's gefährlich. Du meinst, hier lauern diese Räuberbanden? Ja. Pierre und Carlo sollten mit ihren Einheiten vorrücken. Und uns in Bresche schlagen. Evan, damit du Bescheid weißt. Bei einem militärischen Einsatz wird die Truppflagge gehisst. Komm dorthin, wenn du bereit bist, zum Angriff zu blasen. Haben wir denn schon eine Flagge? Oh, geil. Was? Militäreinsätze? Bei Militäreinsätzen muss Evan als Kommandant maximal vier Einheiten geschickt zum Sieg führen. Rufe bei einer Truppenfahne deiner Soldaten zusammen, um eine Einheit zu starten. Geil. Ist hier jetzt Total War mit drin oder was? Das ist ja cool. Das probieren wir mal aus. Möchtest du den Einsatz Marsch zur Melanzani-Ebene beginnen? Das empfohlene Truppenlevel ist eins. Ich glaube, ich habe Level eins, oder? Geil. Ich habe Total War nie gespielt. Also, wo man so richtig viele Truppen... Ähm... Ja. Leiten muss, aber trotzdem. Gucken wir, dass wir es hier kriegen. Nutze die Einsatzbesprechung, um den Einsatz gezielt vorzubereiten. Informiere dich über Einsatzziel und dann des Gegners und passe deine Einheiten entsprechend an. Machen wir erstmal Truppenvergleich. Also, wir haben Karl und Pierre. Und insgesamt fünf Sondereinheiten. Ach, du Schande. Vier gleich hier vorne. Nee. Doch, vier gleich vorne und ein Dicken mit dem Hammer hinten. Das wird ja ein Spaß. Ähm... Aufstellung. Darf ich wenigstens mitkloppen? Ah, okay. Ähm... Also, die Riesenschlangen, äh... Beflege ich mit Viereck und die Reptilschuppentruppe mit Dreieck. Mhm. Ja, können wir lassen. Vorbereitung. Der Einfluss, äh... Von Melaponis... ...reicht für eine Vorbereitung der Truppen nicht aus. Ja, denn... Müssen wir ja beginnen. Okay. Nee. Hier kann ich doch auch nichts machen. Ja. Ich bin gespannt. Haha, sieht das witzig aus. Das ist geil aus, ey. Auf geht's. Darf ich mitkloppen, oder was? Steuerung der Einheiten. Sobald Evans Einheiten auf die Gegner treffen, greifen sie automatisch an. Bringe sie mit L1 und R1 in die gewünschte Position. Okay. Oh, als erstes würde ich sagen, hier schön die Bogen schützen. Nein! Na Käfer, wir brauchen Na Käfer. Ja, geil. Okay, ich wollte eigentlich die Bogen-Typen vorne haben. Oh, cool. Bogen-Typ bringt, was wir so hütteln. Los! Tötet sie. Diese Idee. Okay, also... Die Fan-Käfer machen hier zumindest mal... Ähm... Die Fertigung plant. Okay, das ist wirklich ein Tutorial-Käfer. Das ist nicht schwer. Das hat ja auch nichts mit Tone War zu tun, um ehrlich zu sein, aber... Was haben wir denn jetzt? Nutzer der Ausdauerleiste. Beim Eilmarsch bewegen sich deine Einheiten schneller fort. Bei vollem Einsatz erhöht sich ihre Angriffsgeschwindigkeit. Halte X für einen Eilmarsch oder halte... Vier-Eck, um mit vollem Einsatz zu kämpfen. Da, du musst die Leute da noch töten. Jetzt nehmen wir die hier. Kloppt sie alle weg. Ist schon einer von uns gestorben? Nee, ne? Kommen noch mehr Gegner? Die Waffen deine. Das kommt jetzt erst? Einheiten kämpfen mit verschiedenen Waffen. Schwerter sind stark gegen Hammer. Hammer sind stark gegen Speere und Speere sind stark gegen Schwerter. Alles klar. Bist du im Vorteil? Du hast dir hier einen blauen Pfeil angezeigt. Ist der Gegner im Vorteil, ist der Fall rot. Was? Tauchen wir mal mit Gegner auf. Ach, hier sind ja nur... Hier sind ja nur Hammer. Okay. Ich hab jetzt schon ein paar Truppen verloren. Lass die doch mal weg hier. Danke. Spezialmanöver. Jede Einheit verfügt über ihr eigenes Spezialmanöver. Du kannst es anleiten, sobald die Anzeige voll aufleuchtet. Aber vorsieht. Spezialmanöver verbrauchen Einsatzmittel. Einsatzmittel werden für die Befehlung der Truppen in einem Einsatz benötigt. Die Höhe der Mittel wechselt von Einsatz zu Einsatz. Carlos Spezialmanöver. Schwalbertrosse, lass Bomben auf deine Gegner niederregnen. Pierre Spezialmanöver. Der Gegner wird für kurze Zeit in Schockstarre versetzt. Halte die R2-Taste und drücke Kreis, X, Dreieck oder Viereck, um als Spezialmanöver zu starten. Er kommt da. Komm da. Komm da. Nein. Oh mein Gott. Du wirst uns zurückziehen. Spezialmanöver. Sehr gut. So. Jetzt haben wir da hinten nur noch die blöden Hammertypen. Und die kriegen wir weg. Schockstarre. Da ist ja Boss dabei, ne? Alter, die sind nicht schlecht, die Typen. Perfekt. Super. Oh Gott. Er muss seine Strategie anfertigen. Versteckung rufen. Die Anzahl Soldaten in deinen Einheiten repräsentieren, deren LP. Ist die Zahl dezimiert, kannst du mit Kreisversteckung rufen. Also LP wiederherstellen. Dabei werden Einsatzmittel verbraucht. Ja, brauchen wir definitiv. Durch hier. Achso. Geht von ganz alleine auf. Cool. So. Was ist das Gelbe? Ist das auch ne Fancup-Einheit? Mit dem werden wir so fertig. Easy. Ich glaube, das ist ein Fancup-Einheit. Die Kloppe weg! Gar kein Problem für uns. Gar kein Problem. So. Jetzt lass uns doch mal hier nach unten gehen. Das Problem ist, da hinten sehen Sie, Sie sehen da Speere. Ich glaube, das sind Speere, oder? Hier, kloppt da Dinge runter. Oh, geil, Kisse. So, dann können wir uns auch ein bisschen wie die Truppen zurückholen. Was ist das? Was ist das? Achso, ist unsere Flagge. Okay, cool. Ja, schon ganz nett, dass sie denn automatisch hier die Fessi-U-Butter zwirbeln. So. Der ist kein Problem. Hallo? Wir marschieren hier ein. Ihr wacht das schon. Aber da hinten geht es doch noch weiter, ne? Sturmangriff. Ein Sturmangriff spornt deine Einheiten an und sie sind für kurze Zeit jeder Art gegnerische Einheit überlegen. Zudem leert sich die Ausdaueranzeige bedeutend langsamer. Wenn deine Waffen denen des Gegners unterlegen ist oder du dich in einer brenzlichen Lage befindest, drücke ein Dreieck vor einen Sturmangriff. Das machen wir. Oh. Spann ich mal, Digga. Ja, da bin ich auch noch nicht unterlegen hier. Da machen wir erst mal schön hier. Vier Ecken. Bisschen. Alles weg. Jetzt war schön Sturmangriff, Leute. Sehr gut. Können wir ihn töten? Ja. So. Ich glaube, die auch noch schön weg. Läuft. Okay, Sturmangriff ist auch ziemlich cool. Du denkst, du kannst mich nicht töten? Ja. Entspann dich mal. Transformierst du dich jetzt? Los, Leute. Weiter geht's. Ach, wir haben schon gewonnen. Okay. Yay. Einsatz abgeschlossen. Super. Cool. Ist ein nettes, kleines Minispiel. Auf jeden Fall. Ähm. Mal gucken, wie viel Tiefe das noch hat. Oder beziehungsweise, wie häufig das überhaupt zum Einsatz kommen wird. Aber, ähm, ist ganz einleuchtend. Das Problem ist, wenn wir es jetzt ganz selten machen, ob ich dann noch die Steuerung weiß, weiß ich nicht. Wir haben es geschafft. Alles klar, Eben? Merkt ihr besser gut, was du während der Schlacht gelernt hast. Verstanden. Vielen Dank euch allen. Bauen wir jetzt hier unsere neue Stadt auf. Befehlungung der Truppen. Du kannst über das Hauptmenü auch auf das Truppenmenü zugreifen. Dort kannst du Details zu deinen Einheiten einsehen und diejenigen Einheiten auswählen, die an Einsätzen teilnehmen sollen. Cool. Hier nehmen wir auf jeden Fall erstmal den mit. Und da oben ist eine coole Kiste. Zwei coole Kiste. Ja, komm her. Äh, die waren ein paar stärkere Gegner. Geil. Oh, der hält ein bisschen was aus hier, der Junge. Oh, der war jetzt nicht so super. Aber das ist gut. Es wird ein bisschen angezogen. Das ist wichtig. Ich will mir jetzt noch die beiden Kisten holen. Was ist das denn für ein Riesenviech da hinten? Seht ihr das auch? Zum Glück bin ich weiter entfernt davon. Da ist auch noch so. Ach, ich glaube, das ist ein Würmer, oder? Ja gut, die sind natürlich ein bisschen größer als hier, diese Schleimviecher und alles andere. Welchen haben wir hier noch? Ach, die Britzmanns. Easy. So, die andere Kiste will ich auch. Dich wollte ich eigentlich nicht, aber die nehme ich auch noch mit. Keine Waffe auf 100% schade. Bisschen ausweichen immer wieder. Yeah, das ist Level ab gewesen. Super. Roland ist jetzt Level 14. Das freut mich sehr. Das ist auch noch eine Kiste. Guck ich hier lang? Ja, ne? Was ist das denn? Ein Ring der Nähe. Mhm. Okay, wenn wir da rangehen, dann sehen wir zumindest, wie krass dieses Monster da oben ist. Das ist die Chimere. Ach, du Schande. Level 21. Oh. Und tschüss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, cool, dass es hier auch so Bossmonster gibt, direkt auf den Ebenen. Aber mit den wollen wir uns jetzt noch nicht anlegen. Das könnte ein bisschen schwer werden. Ja, boah, es hat sich nicht alle drei Waffen gerade auf der Karte. Oh, diese Feuerwasser ist echt mal lieblich. Sie ist schön. Macht einen schönen Impact. Sieht gut aus. Was, was, was? Was war das für eine geile Animation eben? Bin ich jetzt der Master des Feuerschwerts? Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir jetzt hier auf die fruchtbaren Felder der Melanzani-Ebene gehen. Also, zumindest hoffe ich, dass es die Melanzani-Ebene ist. Da sind wir. Das ist die Melanzani-Ebene. Gute aus. Das ist alles meins. Remi sieht man fast gar nicht. Was für eine Landschaft. Ja. Es wird auch ein guter Wind hier. Hier beginnt unser Königreich. Puh. Endlich. Alle Zelte stehen. Ich bin total geschlaucht. Wir gewöhnen uns besser nicht zu sehr an diese Zelte. Ich möchte so weit wie möglich zur nächsten Phase übergehen. Und dafür brauchen wir Rohstoffe. Ja. Insbesondere brauchen wir Baumaterial. Ganz genau. Wir müssen uns eine Quelle für hochwertiges Bauholz erschließen. Ah je. Auf der anderen Seite der Ebene liegt Nirswald. Dort gibt es große, starke Bäume in Hülle und Fülle. Rodung und Kahlschlag, sag ich. Ui. Krieg dich wieder ein, Boss. Glaubst du wirklich, dass Nir einfach tatenlos zusehen wird, wie wir seinen Wald abholzen? Ach, deswegen nennt man ihn Nirswald. Weil er Nir gehört. Sehr einfallsreich. Yes. Nir ist der älteste der Waldlinge, die in den Wäldern jenseits von hier das Sagen haben. Dann sprechen wir eben zuerst mit ihm. Ha. Mach dir mal nicht zu viele auf, mein Junge. Nir ist ein Leger derer Geizkragen. Bei dem läuft ohne Geld rein gar nichts. Glaubst du bei dem, bei dem so mir nichts, dir nichts, äh, aufschlägst und brav um eine Spende Holz bittest? Kommt der drei Tage nicht mehr aus seinem Lachen raus? Von einer Spende hat ja keiner was gesagt. Wir werden schon mit ihm ins Geschäft kommen. Hm. Hoho. Ja, bin ich mal gespannt. Ich auch. Wart's ab. Gehen wir nur erstmal einen Besuch abstatten. Jo. Das machen wir auch bald. Würde ich sagen. So. Wir sind jetzt hier erstmal in unserem Königreich angekommen. So sieht's momentan aus. Ja, ganz nett eigentlich, ne? Also, na gut, drei Zelte. Oh, da vorne wird sogar gebaut. Geil. Ey, es wäre wirklich schön, wenn hier so nach und nach immer ein bisschen was entsteht. Wer weiß, vielleicht ist ja sogar ein kleiner Städtebausimulator mit drin, ne? Das wäre geil. Was sagst du dazu, Penny? Ja, natürlich. Möchte ich etwas kaufen? Hast du dir was Neues für mich? Hm. Der sieht doch schön aus. Die Hornisse, Lederrüstung, Kunstlederstiefel. Brauchen wir aber noch momentan nicht. Ich hab's nur anders überlegt. Ja. Hier seht ihr uns später wieder. So, das Gute ist, dass hier schon wieder mal ein Speicherstein entstanden ist. Speichern wir mal kurz ab. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Neuland heißt es, wie kreativ. So. Also würde ich sagen, los geht's, die Leute. Gehen wir mal noch ein bisschen looten und leveln. So. Ne, ich wollte auf die Karte mal gucken. Wo müssen wir denn hin? Oh, da ist auch ein weiter Weg. Das ist aber... Nicht ohne. Ob wir das noch schaffen jetzt in der Folge? Ja. Na komm her. Wenn du Schläge willst, kriegst du Schläge. Sehr cool. Ein Brockenkupferherz. Kann ich den nicht auch nehmen, um... ...gebäude und sowas alles zu bauen? Oh. Ich halte ein Chromschwert. Cool. Das muss ich mir nachher erstmal ansehen. Allerdings wollen wir gerade noch ein bisschen vorankommen. Da ist eine Kiste. Die will ich haben. Ja, dann ist die Frage, wie kommen wir denn jetzt hier lang? Wow. Müssen wir wahrscheinlich hier lang, oder? Da kommen wir jetzt mal auf die. Kriste ordentlich auf die Kusche. Wie schwer die denn hier nicht? Sehr cool. Ja, das ist mittlerweile auch nur ein einziges Geschnetzel. Was macht ein Remi da? Das muss ich mir echt mal in der nächsten Folge angucken. Kämpft der aktiv mit? Und so richtig auffällig ist er natürlich nicht, ne? Der ist auch nicht groß. Das war ja gar nicht. So. Das war schon mal ein bisschen mehr. Sehr cool. Ja, Leute, ihr seht schon, das wird heute wohl eine XXL-Folge. Ich hoffe, ich kriege das hin, unter eine Stunde zu bleiben, weil... Ihr wisst ja, die Aufnahmefunktion der Playstation beschränkt sich auf maximal 60 Minuten. Und... Dann müsste ich auf jeden Fall einen Cut einbauen. Ja, komm her. Mein plasmatischer Freund. So. Im nächsten Kampf gewonnen. Gummiartiges Fleisch. Hier nehmen wir natürlich die Kiste mit. Sesam, öffne dich. Eine verstörende Honniss... Ach, du Scheiße, was geht denn da ab? Chimären Action. Oh, fuck. Muss ich da lang? Ja, ich muss da lang. Ach, du Heilige. Ist das vielleicht eine schwächere? Ach, die ist nur level 14. Als klar komm her, ich kriege so den Deckel. Ich war ich glatt, Junge. Ich dachte, du bist hier das dicke, krasse Monster. Der ist ja aggro. Was geht denn mit dir ab? Okay, Leute. Ich brauche eure Spezialfähigkeiten. Eigentlich nicht, aber... Ich bin trotzdem. Jetzt habe ich mal die Chance, sie auch zu lieben. Toll! Der richtig klasse macht. Ist er vergiftet? Oder bin... Ey, bin ich vergiftet? Ich brauche auf jeden Fall Kraut. Ich habe so das Gefühl, ich bin vergiftet. Ich habe da so lila einen Punkt an der Seite. Diese vergiftet mich denn die Chimäre? Ah, stimmt ja, da ist ja die Schlange hinten gerade. Hat sie die Eigenschaft, mich zu vergiften? Das ist jetzt die Frage. Bin ich dauervergiftet? Das ist die nächste Frage. Das wäre jetzt... Megadoof. Gruppe? Ist ja alles cool, also... Scheiße, bin ich nicht dauervergiftet. Ja, euer Glück aber. So, ich hoffe, dass ich Glück habe, mich hier nicht mit dem... ...Riesenviech da anlegen muss. Scheiße, geht aber auch voraus, ne? DC-Level, Level 10 oder so. Und die rennt gleich als erstes nach vorne. Mutiges kleines Mädchen. So. Geil, Level 15. Also, wir werden jetzt hier wirklich nur noch da, äh... ...uns darum kümmern, möglichst schnell da im Wald anzukommen. Und um den Rest, also neue Waffen ausrüstet, etc. Kümmern wir uns tatsächlich mal in der nächsten Folge. So sehen diese krassen Gegner aus. Irgendwas hat diese Monster als anders als bei den anderen. Ja. Ach, du dickes Ei. Das hat uns gerade noch gefehlt. Das ist ein besessenes Monster. Wir nennen sie so, wegen ihrer komischen Aura. Seit einiger Zeit spielen ja überall die Monster verrückt. Aber diese besessenen Monster sind die gefährlichsten. Andererseits kann man... ...meistens ein hübsches Kopfgeld kassieren, ...wenn man eins von den Dingern erledigt. Naja. Jedenfalls solltest du einen großen Bogen drum machen, ...wenn dir dein Leben lieb ist. Hast du gehört? Nicht nähern. Verstanden? Machen wir. Besessene Monster. Äh... ...Weshalb... ...auf ihre Beseitigung ein ordentliches Kopfgeld auszusetzen. Erstell dich ihnen, wenn du dich traust. Details. Zu den besessenen Monster findest du... ...im Almadach des Wissens oder besessenen Monster eine Liste. Wird regelmäßig um neue Sichtungen erweitert. Gucken wir mal rein. Almadach des Wissens. Besessene Monster. Level 22? What? Okay. Also mit dem legen wir uns jetzt mal spontan gesagt nicht an. Und der wird uns... ...äh... ...Probleme machen. Du siehst uns nicht, ne? Das ist gut. Das finde ich sehr sympathisch, dass du uns nicht siehst. Der sieht uns auch nicht? Komm, du siehst uns auch nicht, oder? Ne. Aber die Kisten halten, habe ich gesehen. Ha! Für Loot ist immer Zeit. Geile Stiefel. Kunstleder. Die sind doch für dich, Shanti, oder? Das ist wahrscheinlich deine Größe. So, hier werde ich mich kloppen müssen. Komme ich nicht so ganz drum rum. Komme ich nicht so ganz drum rum. Komm, komm! Oh, wirst du jetzt Magier? Hab's da, oder was? So. Oh, jetzt sieht richtig schön aus hier gerade. Richtig so schön alles beleuchtet. Alles fluoresziert hier schön vor sich hin. Check. Ich halte ein Osterei. Das wird ja aber besser. So. Für dir will ich mich trotzdem fair halten. Das war ein neuer Gegner. Oder? Ne, die Flausche. Okay. Bist du noch ein Gegner? Nö. Was hat Remi denn da gerade gemacht? Diese Goldkugel hier? Schön, dass er auch bekämpft. So. Gleich sind wir da, liebe Leute. Oh, oh. Achso. Der ist nur Level 12. Ist jetzt dreimal so groß wie alle anderen Gegner, aber schwächer. Oh, ein Ex-Würm. Das ist ein bisschen random zusammengestellt, die Kombination der Gegner, oder? Wo die Leute, wie ich gedacht hätte, ich hätte jetzt alle Ex-Würmer besiegt. Ich habe den Boss besiegt. Den nehmen wir mit. Oh, Alter. Digga, was ist los mit dir? Bist du sagst? Ihr kommt, was ist meine Spezialfähigkeit? Ja, komm. Das war's. Oh, tschüss. Auf Wiedersehen. Also, es wäre richtig geil, wenn der Porto mal ein Speicherpunkt wäre. Nur so. Sagt die Uhr. Ja. Nehmen wir mal langsam meinen Magen. Ich habe noch nicht mal frisch gegessen, Leute. Es wird Zeit. Oh. Sogar mit, äh, Ladebalken. Ladezeit. Sieht schick aus. Auch ein bisschen spooky, aber, ja, eher schick als spooky. Man sieht den Wald vor lauter Zetteln gar nicht. Hm. Das sind, oh Gott, goldoradische Schriftzeichen. Alles klar hier. Goldoradisch? Mhm. Goldorado ist das Land, das im Süden dieser Wälder liegt. Dort sollen sogar noch mehr Leute leben, als die Katzbuckel. Cool. Ist das das Land der Goldbeeren? Jedenfalls ist hier gewaltig was faul. Lasst uns mal den Alten ins Verhör nehmen. Warum ist hier was faul? Ja, die Bäume sind echt beeindruckend. Ah, hier fliegen ja auch noch Gegner rum. Geil. Das wird Spaß. Gut, liebe Leute, aber Spaß wird es jetzt auch sein, weil hier ist ein Speicherpunkt. Das heißt, die heutige Folge hat ein Ende gefunden. Wir nehmen mal hier drüben noch das Ding hier mit. Ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir ruhig ein Like oder Kommentar da. Und, äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, eine neue Episode. Ni no Kuni. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.